Stell dir vor, unsere Regierung würde die öffentliche Infrastruktur, also Straßen und öffentliche Gebäude, genauso verwalten, wie sie ihre digitale Infrastruktur verwaltet. Unsere Abgeordneten würden in einem angemieteten Gebäude arbeiten, in dem sie nicht für strengere Umweltgesetze stimmen dürften, weil der Vermieter, ein multinationales Unternehmen, diese Art von Abstimmung in seinem Gebäude verbietet. Auch die längst überfällige Erweiterung auf mehr als 500 Sitze erlaubt dieses Unternehmen nicht. Das heißt, einige Abgeordnete stehen draußen auf der Straße. Und ein paar Blocks weiter wird von einem anderen Unternehmen die gerade mal sechs Monate alte Sporthalle des Vorbesitzers abgerissen. Sinnloserweise wird sie, natürlich auf Kosten des Steuerzahlers, durch ein identisches Gebäude ersetzt, mit der Begründung, die neue Halle bietet jetzt Streetball als ein neues Feature an. Dem Vermieter des Rathauses ist es derweil ziemlich egal, dass nachts durch eine versteckte Hintertür containerweise Dokumente mit vertraulichen Daten wie Bankdaten und Krankenakten entwendet werden. Und niemand darf etwas dagegen unternehmen, denn die Suche und das Schließen von Hintertüren würde leider gegen die unterschriebene Nutzungsvereinbarung verstoßen. Und so absurd das alles auch klingen mag, dieser Vergleich ist ziemlich passend in Bezug auf unsere digitale Infrastruktur, also die Software und Programme, die unsere Regierung und Behörden täglich nutzen und teuer finanzieren. Denn unsere Verwaltungen beschaffen in erster Linie proprietäre Software. Das heißt, es wird viel Geld für Lizenzen ausgegeben, die nur für kurze Zeit gültig und deren Nutzungsrechte stark eingeschränkt sind. Das macht es unmöglich, die von uns bezahlte Infrastruktur sinnvoll und nachhaltig zu nutzen. Und weil der Quellcode von proprietärer Software normalerweise ein Geschäftsgeheimnis ist, ist es natürlich schwierig oder sogar illegal, mögliche Sicherheitslücken oder eingebaute Hintertüren zu suchen und zu schließen. Dabei gibt es eine viel bessere Alternative. Wenn jede öffentlich finanzierte Software immer auch freie Software und Open-Source-Software wäre, könnte man sie für alle benötigten Zwecke ohne Einschränkungen nutzen. Wir könnten sie nach Belieben erweitern, reparieren und umgestalten, bis sie unseren Bedürfnissen entspricht. Open-Source heißt übersetzt Quelloffen. Und das bedeutet, dass der Programmcode für jeden frei zugänglich ist. Dadurch ist es auch viel einfacher, Sicherheitslücken zu finden und zu schließen. Und wenn etwas Nützliches und Verlässliches digital erstellt wurde, kann man nicht nur den dazugehörigen Bauplan im ganzen Land wiederverwenden, sondern das Produkt selbst kann per Copy and Paste überall eingesetzt werden. Sogar international. Ein gutes Beispiel hierfür ist die App FixMyStreet. Ursprünglich wurde sie in Großbritannien als freie Software entwickelt, um das Melden, Ansehen und Lösen örtlicher Probleme wie Straßenschäden zu vereinfachen. Mittlerweile wird sie weltweit eingesetzt. Und davon profitieren alle. Denn neue Funktionen und Verbesserungen werden einfach geteilt. Würde jede Software auf diese Weise entwickelt, müssten wir uns nicht mehr mit einschränkenden Lizenzen zufrieden geben, sondern könnten darüber nachdenken, wie uns Software wirklich helfen kann. Wir könnten uns endlich darauf konzentrieren, die Gesellschaft zum Wohle aller zu verbessern. Wenn auch du der Meinung bist, dass die Infrastruktur von morgen in unseren Händen liegen sollte, dann unterstütze uns. Teil dieses Video mit deinen Freunden und Bekannten und besuche unsere Webseite publiccode.eu Denn es ist höchste Zeit zu fordern. Public Money, Public Code.